Hallo zusammen, heute geht es ums Thema Rallycross, eine Motorsportkategorie, die in Deutschland eine eigene Meisterschaft hat und nicht nur da, bis hin zur Weltmeisterschaft geht das. Und was das Besondere an Rallycross ist, das zeige ich euch heute hier am Estre-Ring. Eine Besonderheit der DRX gibt es direkt am Start und zwar an der Startlinie. Da sind nämlich für jedes Fahrzeug solche Antennen eingelassen. Die sollen den Start überwachen und dem Race Control quasi die Mitteilung geben, wann einer einen Frühstart macht. Wie funktioniert das? Die werden geladen quasi, dann geht so eine kleine blaue Lampe an und dann gibt man dem Fahrer noch eine Chance, einen kleinen Fehler zu machen, in dem man sie nicht direkt beim stehenden Start an der Antenne platziert, sondern mit Hilfe so eines Messstabs, 12 cm davor, also wenn man mal aus Versehen anhubst oder so, fällt die Antenne nicht gleich los. Beim Start dann 5 Sekunden, in diesen 5 Sekunden kann die Ampel einfach auf grün springen, es geht los, die Antenne fällt und man sieht ganz genau in Race Control, Aha, das Auto auf der Innenbahn hat einen Frühstart hingelegt oder alle sind korrekt weggekommen. Seit einigen Jahren gibt es in der DRX und in der WRX, also international und national im Rallycross, die sogenannte Joker Lab. Und hier stehe ich genau da, wo sie ein Fahrer für eine Joker Lab entscheiden kann. Links von mir seht ihr, dass der Asphalt weitergeht und rechts geht es rein in eine enge Schikane mit tiefem Schotter. Das wäre die Joker Lab. Man darf sich also nicht vom Namen täuschen lassen, Joker ist in dem Fall nichts Positives, sondern eher was Negatives, denn per Reglement muss jeder bei einem Rennen einmal da durch, durch die Joker Lab und die Joker Lab muss auch per Reglement langsamer sein, als das Fahren auf der echten Strecke. Das heißt ein bisschen Taktik dabei, wann fahre ich da rein am Anfang, am Ende, während eines Fights, wenn ich gerade Druck kriege, wenn ich irgendwo nicht vorbeikomme. Das ist also sehr, sehr spannend und oftmals gibt es am Ausgang der Joker Lab dann die spannendsten Kämpfe kurz vor der Ziellinie. Bei der Rallycross kommt jeden Abend schweres Gerät zum Einsatz. Warum? Weil ja die Strecke mehrere Fahrbahnunterlagen hat und deswegen am Abend jedes Mal die Übergänge von Schotter zu Asphalt geglättet werden und der Schotter ganz allgemein, weil sie im Laufe des Tages da tiefe Löcher einfahren. Und da sind wir schon genau bei dem, was Rallycross ausmacht. Man muss nicht nur auf Asphalt oder nur auf Schotter gut sein, sondern man muss ein richtiger Allrounder sein und damit umgehen können, dass man mal auf Asphalt, mal auf Schotter abbremst und mal eine Kurve im Schotter und mal eine Kurve auf Asphalt hat. Das ist Rallycross und das ist richtig Spaß. Am Ende eines langen Rallycross-Tags gibt es dann im Fahrerlager das große Reine machen und das mit Hochdruckreinigern an jeder Ecke. Denn natürlich nach so einem langen Tag müssen die Autos alle sauber gemacht werden. Etwas sehr Sympathisches, denn dann sehen die Autos wieder richtig schön aus für den zweiten Rallytag. Also ich bin ja schon, ich denke, so ziemlich alles gefahren, was es im Motorsport gibt. Aber Rallycross bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Das jetzt anzugucken, das sieht richtig gut aus.